So Bratanz, er hat zwischendurch krass gegeben. Leider nicht im Freispiel nur Einzelbilder, aber wir haben hochgestellt und er hat Freispiel auf 100 Euro gegeben. Jetzt geht's hoffentlich richtig ab. Okay, mit König kann er einiges machen. Ich glaube, da hängen zweimal König. Krass, Feubild werden 15.000 Euro. Sehr schön, stark und dann nochmal hier 5 Astel. Sehr gut, 3.000 Euro. Sehr, sehr schön. Jetzt läuft das Ganze. Nochmal, glaube ich, 4K. Komm, ein Vollbild, einmal 15.000. Wenn ihr Bock habt auf mehr Novoline Videos, unbedingt Kanal abonnieren. Gebt auch dem Video gerne einen Daumen hoch. Kommen auf jeden Fall noch mehr Videos. Ich glaube, hier wieder 2K, oder? Ja. Ja, geil. Endlich. Sehr schön, 15.000 Euro in einem Bild. Zieht euch das rein. Stark. Sehr, sehr geile Runde. Sehr schön. Würde ich sagen, weiter geht's. Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Nicht mein Lieblingssymbol, aber gucken wir mal, was er macht. 2.000 Euro, sehr guter Start. 2.500 Euro. Heftig, nochmal Verlängerung. Sehr, sehr schön. Ich denke mal, Folge 10 müsste dann auch drin sein. 2.000 Euro. 3.000 Euro. 4.000 Euro. Ich glaube, der verlängert nochmal, so oft wie zwei Bücher kamen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden um die Bücher. Jetzt noch ein Vollbildzehner, das wären 10.000 Euro. Leider nicht, aber wieder eine mega geile Runde. Und vielleicht gibt er ja nochmal direkt Freispiele. Schade, dass man nicht noch höher auf dem Automaten einsetzen kann als 100 Euro. 15er, 2.000 Euro und nochmal Freispiele. Was ist das bitte für eine mega geile Runde? Wenn ihr jetzt noch nicht dem Video hier einen Daumen hochgegeben habt, dann weiß ich auch nicht mehr. Achso, ok, sehr schön. Starker Beginn, 4.000 Euro. 5, 4.000 Euro. 5, 5, 4.000 Euro. 5, 5, 5, 6, 3.000 Euro. 6, 4, 4, 5, 6.000 Euro. 7, 6, 7, 7, 7. 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 7, 9, 10. 1, 10. 12. wenigstens noch einmal vier kommt schon er hat mich erhört aber ich dachte dass dem auf den ersten vier kam dass der fünfte echt auch noch kommt heftig was soll ich sagen das geht hier gerade geisteskrank ab ich würde sagen wir bleiben drin ich denke mal bis 50.000 oder so kann man noch drin bleiben da drunter würde ich jetzt nicht mehr gehen aber wenn er so weitermachen muss ich das auch nicht der hört ja gar nicht mehr auf heute der geht tatsächlich wieder rein jetzt gibt schon forscher wieder die zähne alles klar gucken wir mal krass 2.500, aber da waren so viele Bücher, ich dachte echt, der verlängert. Es sind so viele vorbeigefahren. Nicht die Welt, aber ganz ehrlich, ich will mich nicht beschweren. Der Automat ist so schon gerade im Gottmodus. Der Automat ist so gerade im Gott. Der Automat ist so gerade im Gottmodus. So, bis 55.000 noch, dann reicht es auch. Ein paar Drehungen noch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne Kanal abonnieren, Video-Daumen hoch geben und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Gibt es da noch vorher Freispiele? Nee, alles klar, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Jo, Bratans, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht es gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Lord of the Ocean Freispiele auf 100 Euro Einsatz. Direkt ein sehr guter Start. Hier 5 Asse, 3.000 Euro. Und dann noch Freispiele. Ich würde sagen, los geht's. Oha, okay. Mit Neptun persönlich. Und wie immer, wenn ihr Bock habt auf mehr Novoline-Videos, gerne Kanal abonnieren, Video-Daumen hoch geben und los geht's. 1x3 wäre schon ein Traum. 1x3 wäre schon ein Traum. Okay, komm, schon letzte Runde. Ach, schade. Mit Neptun ist es halt immer wieder alles oder nix. Entweder man gewinnt richtig viel oder absolut gar nichts. Ist ja nicht so ein Traum. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jo Bratans, was geht ab? Ich hoffe euch allen geht's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Book of Raw. Freispiele auf 10 Euro Einsatz. Ich würde sagen, los geht's. Ich würde sagen, los geht's. Das erste Mal drei im neunten Freispiel. Was ist das? Krass. Das ist einfach traurig. Und eine Frechheit. Das ist einfach traurig. Sehr schön. Wenigstens ist er schnell wieder reingegangen. Das ist einfach traurig. Was ist denn das hier? Nicht mal im neunten Spiel. Kein einziges Mal. Die Videos hier sind echt der beste Beweis dafür, dass man einen riesen Bogen im Spielheim machen sollte. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Untertitelung des ZDF, 2020